ja willkommen zurück zu einer weiteren folge von minecraft volkano blog ich hoffe dass wir es diesmal endlich schaffen ich habe mir noch mal so eine clock gemacht weil ich habe hier genügend von dem zeug und ich wusste nicht was man sonst damit machen soll vielleicht vielleicht hilft uns das noch ein bisschen dass wir nicht sterben mal schauen so weil ich habe ja genügend davon weiß gar nicht wohin mit dem zeug ich habe den so oft gekillt ich weiß es hätte ich nicht so ich hoffe einfach das hilft ein bisschen und überleben dann vielleicht ein bisschen länger ich muss noch ein bisschen was aussortieren das hier zum beispiel die schwerter könnte ich mal auch weglegen das buch des buchzeugs ach ich werfe einfach alles irgendwo hin so ich auch nicht okay so wir haben wieder platz im momentar juhu ja ja und es ist halloween wissen wir schon so das haben wir das haben wir das haben wir dann geht es mal los und das haben wir noch weg manchen sachen das ist ja ganz hilfreich wenn das hin und her switcht aber beim schwert zum beispiel fände ich es eher besser wenn es nicht machen würde weil eben aus gerade eben gesehenen grund der furchtbar da mal los rein da ist kommt ihr alle her jetzt endlich alle tot da oben schießt noch einer so ein möchtigen sniper so machen wir mal zu ist dann jetzt noch einer da steht einer hinter der wand ich sehe es okay lassen das mal gut sein dann würde ich sagen das hier auf jeden fall das hier so 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 okay dann erst mal zuerst mal das hier und gucken was passiert wenn ich hier gegen den guardian kämpfe kann ich nicht brauchen von irgendwelchen seiten beschossen zu werden aber naja okay so okay wo bist du wo bist du hier so er sollte mit dem lollipop ja auch kein problem sein den wir gerade gefunden haben und direkt schon verputzt super ich kann ja hier durchschießen sag mal egal lassen uns mal nicht weiter stören hätte ich schon viel früher bauen sollen das ding ist glaube ich nicht mal so schlecht wo ist er denn 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 wo einen kopf geben ja haben wir schon wieso sollte es auch einen kopf geben okay das wird nichts glaube ich ich weiß nicht ich glaube der droppt den kopf überhaupt nicht ich habe den jetzt mir oft schon gekillt und es gab einfach halt nie den kopf ich habe jetzt extra diese hacke genommen looting 3 ist drauf ich weiß nicht ich glaube ich kann man das irgendwie noch besser machen ich glaube nicht weil das hier muss ich wieder rausnehmen das bringt gerade eh nix weil ich eine generation von vier habe anstatt von zwei ja okay ich weiß nicht ob ich da tatsächlich dann noch lust habe groß weiter zu machen weil es bringt halt einfach nichts ist es droppt halt einfach nicht es droppt halt einfach nicht wenn die kiste ist voll ich habe so viel gut von dem die kiste ist voll macht so keinen sinn überhaupt nicht naja okay vielleicht versuchen ich noch ein zweimal morgen vielleicht oder so mal schauen ich bedanke mich jedenfalls fürs zugucken wir sehen uns wieder beim nächsten mal bis dann macht's gut ciao